hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von meiner fahrung und ich will kurz mal auf den server drauf und aber kommen was wollen wir so schaffen wenn wir landen auf dem server und auch ein bisschen schutzzeit und damit mal geschaffen oder so schaffen und ab geht's sagen ich tut mir das war heute mal mal da hinten hin und ich habe heute möglichst viel ein paar dir das wäre ganz geil ich war richtig feiern und ja ich habe ein wenig noch vor diese folge zu fahren das wird mein und dann nächste folge eventuell auch noch mal so eine übernächste folge dann auf jeden fall hochgehen und dann weiter schauen mal so machen können und es geht ab und weg hier auch schon noch eine andere seite mal ich habe ein bisschen strip meinen hier und auch oh was haben wir hier so was haben wir selber ne ich hab mal ne fucking morg rein oh das gold perfekt können wir auf jeden fall brauchen goldäpfel und für opäpfel ich weiß vielleicht mal ob die erlaubt sind opäpfel ich glaube nicht so wir haben hier noch ein paar tias ich sehe schon alles gleich so einfach hier so was rauszufinden noch mehr gold perfekt wir haben die nächsten mal in gang war hier ich bin auf jeden fall noch welche auf jeden fall wie zu wenig jemanden noch mitnehmen so wie das label dazu hier benötigen wir wollen uns das wort somit nehmen kann man weg wäre ausschmeißen gleich wenig aus der fallen die vorgabe der fall zu bauen zu auf ihn nicht nur können sich schon ein tschuss machen so eine tschussfalle seine idee aber keine ahnung wenn ich nicht viel bock darauf jetzt und ja und zwar auf jeden fall voll jetzt kurz mal die fackel hier oben hier wenn ich hier einbauen kann auf jeden fall möchte ich diese folge auf jeden fall noch die wand finden das ist mein großes ziel diese folge hat jemand noch zu finden und zwar bräuchten wir dann wie viele ich brauche noch fünf oder oder fünf brüttmann so für eine hohe bauern 15 da wollen also wollen noch sechs sechs diamanten auf jeden fall einheitiger ader na und dann hätten wir das auf jeden fall ist meine ader so dass hier nicht ich weiß eigentlich gar nicht so schade aber hier rein und irgendwo muss irgendwo diaz zahlen irgendwo es ist auch möglich jetzt einfach diaz zu finden komm schon das wär das richtig scheiße sonst müssen wir noch ein dorf suchen für diaz so schmiede na und dann geht's richtig ab also müssen wir so eine schmiede finden ich war ja noch obsidian farben nein ja 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 ich war ja auch noch mal für den zaubertisch wir waren da vier führen na genau so ich hab sie dir auch okay ist auch nichts mehr wir haben auch gerade echt unsere Backstrainer hier ist nicht so geil das ist natürlich auch so richtig schlecht hier gerade der raubt gerade den platz von diaz warte mal zu hier mal noch acht minuten ich hab nichts geschafft diese Folge eigentlich so Das Rotson über sich jetzt ganz kurz mal eben Ich will jetzt nicht hier das Rotson abfarmen Ist ja nicht nötig, ne? Ich weiß mal, guck mal, wenn ich drum rum das Rotson abzufarmen Echt nur Erde hier, keine Dias, ey Manchmal findet man ziemlich viele Dias auf einen auf und dann... Manchmal hat man so viel Pech Hier geht grad gar nichts, aber... Das war ärgerlich Tja, sind wir nach 7 Minuten, ey, 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 ey Das wird ein bisschen beeilen Ihr seid ja bei Obsidian, ich hab nie mal Wasser einmal Muss ich vielleicht jetzt schon hochgehen Ich weiß es nicht Aber ich muss vielleicht noch einen Dia-Klon-Bug ein machen hier Hab ich vielleicht gebannt Das will ich ja auch nicht Hm Das war das erste Eisen jetzt, ne? Aber sie ist heute relativ wenig Das ist nicht so geil Aber jetzt sind die Spitzhacken kaputt hier Hab ich noch eine Dia-Spitzhacke Die will ich nicht unbedingt aufbrauchen Hm 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 Na ja, können wir jetzt mal machen und dann So Vielleicht auch noch abbauen hier So Aber im Moment ist echt grad echt gar nichts hier Hm 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 Ihr seid ihr schlecht Und Granit Toll Ach Menno Komm schon Ansonsten müssen wir hochgehen Was anderes An Andere Stelle Suchen Das hat vielleicht keine andere Möglichkeit mehr Hm Dann gucken wir uns kurz mal die Dia-Spitzhacke Ist gar nix Keine Dia-Spitzhacke Gar nichts Null Das ist nicht gut Das ist richtig blöd Wo Wo Denn Ja Scheiße Alter Was Scheiße Ich hab ihn nicht ausgeläutet hier Warum nicht Bring mal ne Fackel rein Ach Ejey Mein Gott Situation Spannung So So Kann ich auch noch mit ihm platzieren Können wir ja auch Amboss mal craften oder? Ein Amboss Eppich ja noch was hier rausgeworfen habe So Wir sind aber das brauchen wir nicht mal als Okay Vielleicht wird ein bisschen Gold noch mal durch Dann gucke ich mal wie ich Na vielleicht Klein bisschen was craften kann Hier Vielleicht sind dann halt noch das Eisen nochmal durch hier Besser Ich bin eigentlich hier oben Wo komme ich hierher? So die Höhle hier, ne? Stimmt Genau Jetzt brauchen wir nochmal 9 Eisen Plus 4 13 Eisen Dann schaut man wahrscheinlich nicht diese Folge Ziemlichchen doof Ja Na ja Ich war auch noch ne Höhle, ne? Eieiei Ich war auch noch ne Höhle, ne? Eiei Ich war schon mal doch noch diese Folge Mit dem Amboss Der war sehr schwer Ich glaube mal nicht dran jetzt Ähm Hm Vielleicht Vielleicht geht da was Vielleicht geht da was Vielleicht in den letzten Sekunden oder so Ich werde wahrscheinlich dann nächste Folge dann hoch gehen Einen Labersee suchen Erst einmal machen Und die dann machen Sonst einen Robotisch machen So, dritter Ding jetzt hier Eisenblock Okay Doch noch Papier machen Noch ein Pießchen auf der Uhr Ja, das soll ja nicht reichen In der Zeit Jo Dann und pur hier wieder Na, schon dritter Eisen Und jetzt Ein einziges Eisen Und dann haben wir es Geschafft Perfekt Also und so Und dann Am Boss Geht schon mal mit Das weiß ich ganz kurz mal hier mal Durchbraten hier Na, auch nicht Geht jetzt auch Wir haben mit Da kommt ein Zombie angerannt Ja, ich hab nie ausgeleuchtet Nicht so geil Nicht so geil Egal Sag ich einfach nicht so vor Geruch Und dann ja auch mal gucken Ich mach wohl von hier so'n Block hin Das ist dann eine Überraschung Oder sowas kommen Wenn ich mich einlogge In der nächsten Folge Mal 50 Skeletto kommen Nicht so geil Da ist noch 10 Sekunden Einfach für mich Weil trotzdem schon mal Sondern weil Mir wird nichts mehr passieren Und dann hab ich von Sorge gekickt Und dann hab ich gesagt Das gewesen In dieser Folge Waro Ich hab gefeiert Dann ist eine Pulsie Überbringung da Abonniert vergessen Und tschüss Bis zum nächsten Mal